äh nicht hier wo dann? bei mir? ich hab viel platz. und das war jetzt keine aufforderung zu mir zu kommen. ist das eine mutantenfliege oder ist das eine zweite jetzt geworden? sie haben sich in dieser kurzen zeit gepaart. alter. ich bin mir sicher, dass die eine auf jeden fall nicht mehr fliegen kann. was spüre ich jetzt in meinem nacken? eine zweite. hab ich doch gesagt. das ist aber wie, bevor das server hochgefahren ist und ich vom balkon rein bin, wo ich dachte, mir krabbelt auf immer irgendwas rum. das ist halt... melvin zu mir. so, das hast du jetzt davon, melvin. scheiße. ja. stimmt, der hat alle gegessen. ist der schon wieder gemutet? ja. und steht rum. der tut mir so richtig leid. aber er hat auch mein volles... es ist meine, es ist meine Möglichkeit. der Timex tut mir zwar leid, aber der hat auch mein vollsten Respekt dafür. ja. was der leistet. tja. komm schon, räume wachst. melvin, weißt du überhaupt über seine situation bescheid? nö. mit der oder? äh. okay. also, wenn du schon so kommst, weißt du nichts, dann möchte ich halt auch nicht darüber sagen, weil ich nie weiß, ob ich das sagen darf. wobei das eigentlich auch kein Geheimnis ist, weil die schon... vielleicht nicht in der Ausnahme jetzt nicht unbedingt. weil die halt auch schon in der Zeitung waren, aber gut. nö. nö. ich mute mich mal kurz, weil es klingt gleich sein, dass ich ne Flieger an die Wand klatsche. okay. ja, reiß dir die Flügel aus. ähm. so. also, ich hab jetzt ein 3x3 Stief. und was hast du? nix. was hast du? meine Axt. gleich im Gesicht. ich hab zwei Äxte. komm ran. oh. und ich hab nen Steinhammer. ich hab nen Holzhammer. du, warum Holz? geh auf Stein. eins, zwei, drei, vier, fünf. ich hab genügend gehabt. hallo. 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 das kam grad richtig gut. so, dann fangen wir schon mal... alle Tile Rocks. dann fangen wir schon mal ein bisschen an schlau zu bauen. äh, gut. wie auch immer. so. und Leute, jetzt seh ich das erst dahinten. ich meine Chunks, die ich hier geclaimed hab. das ist ja abnormal. ich hab auch schon 48 Chunks geclaimed. auf einem gewissen Server wurden auch viele Chunks geclaimed. zu viele. ähm, äh, äh, nein, bitte, keine Details. das will ich echt nie hören. beziehungsweise ich brauch sowas nicht. ich stürze mich mal kurz in den tod ich weiß nicht ob ich habe ich meinen spawnpunkt gesetzt das ist eine gute frage ich steppe mich doch noch nicht ich habe das jetzt fast geschafft ich will mich da auch inbauen dann mach das doch das passiert das passiert sowieso dass wir irgendwann den weg zueinander haben ja 456 genau das werde ich jetzt nicht den tippe fach den ich am anfang eingegeben habe auf der unteren slip zu bauen er lebt halt mit risiko da kommt er halt ganz nach mir das könnte wirklich mein kind sein nein ihr bleibt hier ihr werdet gleich kompostiert gleich mitten auf seine insel schieben und schön mit bäumen einbauen und dann schifft sparen da bin ich mal gespannt melvin was machst du da bauen ich sehe es nicht abwerfen ich hab gekippt schneiden ich bin in der wildernis wow melvin mir geht es nur darum hör mal auf zu sneaken und lauf weiter perfekt der command funktioniert nicht auf risiko welcher command äh set home und flash home das ist ein äh startkommand den meisten fiete bis modpacks ach kannst du dir so einen home punkt setzen ja äh ja einen home punkt wozu du nicht hin teleportieren kannst ach das kannst du auch hier auf der map machen äh ne das kannst du nur weil du OP hast echt angekommen ich sehe jetzt erst was ich hier geklebt habe warum habe ich da unten so einen kleinen schniepel dran und oben bei melvin fehlt ein schniepel was soll das ich kann auch gerne schniepel dranhängen äh ja ich will dass du keinen hast das wissen wir ja deswegen willst du ja einen dranhängen hahaha melvin du gibst uns kanonenfutter ne das ist dir bewusst ja ihr macht draus kanonenfutter ne wir schießen die kanone ab nachdem du sie gefüttert hast warte warte noch nicht warte noch nicht äh�� nein noch nicht genau die beiden nochmals weg lass es klappen ich glaube es geht nicht wegen dem verdammt, nein enh, du hast ihn da einfach weg Wir haben dir einen Baum geschenkt. Ja, so einen Baum habe ich doch schon. Oh, jetzt kann ich Melvin abschießen. Ich habe Steinchen. Nein, nein, nein. Ey, warte mal, ich habe auch Steinchen. Melvin? Nein. Ich brauche die leider auch. Ey, warte. Mir fällt gerade so etwas ein. Team? Ja, ey, wie ging das denn nochmal? Indweit. Ne, was anderes. Ich kann sogar im Team chatten. Ich chatte sozusagen mit mir selbst. Was bist denn du für eine Lutscher? Was bist du für einer? Hast du keine Freunde, dass du mit dir selbst chatten musst? Wieso sehe ich die anderen Teams nicht? Tyrox, das stimmt. Ja. Ach so. Also Eika hat zugestimmt. Also, tja. Für euch später habe ich zugestimmt. Ja, jetzt mache ich... Ich habe euch übrigens mal alle bei mir als Ally eingetragen. Das wollt ihr, könnt bei mir die Blöcke und alles benutzen. Okay. Und morgen existiert keine Insel mehr. Ja, einmal... Aber ihr... Äh, Melvin, du musst auch aufpassen, ne? Ebenmal falsch, äh, den Ohr-Ohr-Exquation benutzt und deine ganze Insel ist weg. Äh, nee. Äh... Und dadurch ist, äh, ich weiß nicht, wie genau die Mob wegen den Slabs heißt, aber weil die drauf ist, kannst du nicht die kompletten Slabs auch bauen. Doch. Du kannst es bei Slabs verwenden. Ich habe es vorhin schon gemacht. Ich habe es auch versucht. Der kurze Schliepe, der... Ey, Tyrox. Der kurze Schliepe, der zum Spawn ging, den habe ich ja damit abgebaut. Und das war nur Half-Slabs. Bleib da drüben. Warum? Weil sie nicht in einem Film. Stimmt. Normalerweise geht es nicht. Nein. Du, du, du kommst mir hier nicht rein, ja? Warum? Nein. Ah, Tyrox. Der flankt. Ich, ich dachte mir... Wir sind keine Freunde. Oh! Melvin, du hast derbe verkackt. Wenn er schon sowas sagt. Ja, so an... Wenn er sowas sagt, brauche ich auch nicht als Freunde. Ganz ehrlich. Ja. Ganz doch klar. Scherben. Ganz ehrlich, das ist selber... Ja, ganz ehrlich. Du bist selber schuld. Nee. Doch, bist du ganz ehrlich schuld. Ich habe gleich Schlau. Selber schuld. Tyrox, hast du Schlau? Ja, ja. Ich auch gleich. Jetzt brauche ich erst mal noch einen Eimer. Aber hier ist ja Keramik zum Glück drauf. Ach stimmt, Keramik. Super. Ach, hier. Backe. Jetzt noch Seedsformer. Eie, ernst. Eie, gleich. Ähm. Mein Vater dreht unten gerade durch. Warum? Weiß ich nicht. Äh, warte. Ich habe Aufnahmen noch an. Äh. Willst du, dass du überhaupt sahen? So. Ich weiß ja nicht, wer mein Vater ist. Stimmt. Außer die, die dich kennen und das Foto gesehen haben. Stimmt. Aber wer kennt mich denn bitte schön? Tiger. Melvin. CO2. Na, ich meine jetzt nicht Relief. Tiger. Persönlich. Deine Mama. Hat Tyrone ernsthaft die Brücke abgebaut? Ich wollte nicht. Ja, habe ich. Nein. Ja, weil der voll der Spielverderber ist. Küsch dich. Küsch dich. Alter, was ist halt alles los? Lass mich vor, die gleich wieder neu. Ja, nee, dann darf ich die mit dem Stein nehmen. Ja, das hältst gar nichts. Da verschwende ich gerne meine Steine für. Mir ist das kackegal. Wenn du mich runterschotzt, ist es ein Regelverstoß. Och, nee. Was ist was? Ich habe genügend Holz. Das mache ich jetzt. Aber Tyrox, bist du stolz auf mich? Ich bin mal nicht beim Mobbing mit dabei. Sonst bin ich immer der Erste, der mit dabei ist. Jetzt setzt es was. Da geht echt alles vorbei. Boah, hier Kiek angesagt. Also, wie gesagt, ich nehme sehr vieles auf. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich nehme von dem Projekt sehr vieles auf. Außer, wenn ich jetzt hier so richtig extremst langweilige Folgen habe. Wo ich einfach nur Sachen herstelle. Oder farme. Dann. Tyrox, das nächste Mal bitte warten, dass jeder mal seinen Home-Punkt setzen kann damit. Ja, ich habe meinen auch noch nicht. Ich habe auch noch keinen gesetzt. Ich habe mein Bett halt einfach mal in der Kiste drin. Nee, was wollte ich denn jetzt sagen? Hey, warte mal. Hast du das geclaimed? Das fällt ihm früh auf, dass ich sein Hauptgebiet geclaimed habe. Was? So, ich habe jetzt gerade hier das Stück, wo wir uns jetzt gerade befinden, die ganze Zeit geclaimed. Guck mal auf die Karte. Ey. Ist das Tyrox? Ja. Das ist einer für dich und das ist einer für dich und das ist einer für dich und das ist einer für dich. Was will ich damit? Dass du alle möglichen Arten von Bäumen hast. Dark auch verteile ich hinterher auch noch. Ja. Ach, ich habe schon Dark auch. Ja, vier Stück brauchst du aber zum Vermehern. Ja, warte, du kannst mal... Oh, lol. Ich will mir einen Clay-Bucket machen. Ich habe Keramik hergestellt. So ging es mir auch vorhin. Ja, ich habe aber richtig... Nee, Porzellan habe ich hergestellt. Porzellan-Clay. Aber ich brauche normales Clay. Okay, ich muss wieder einen Stein einladen. Boom! In dein Gesicht. Mehr fällt mir dazu nicht ein. So, warte mal. Übrigens, ich kann zaubern, Leute. Guckt mich mal an. Und weg bin ich. Und auf mein... Fuck, bin ich aufs Grab gefallen. Jetzt habe ich einen Scheiß. War das gerade Harry Potter? Ja. Warum hast du einen Ohrwurm von Harry Potter? Copyright. Oh no. 39 auf... Warte mal, hier kommt Wasser hin. 25... Melvin, 25 Strings brauchst du für einen Dot. Och nee. Ach, egal. Okay. Habe ich gerade mitbekommen. Du hast eh ja Gravel Siebel. Können Haarslabs abbrennen? Eigentlich nicht. Also wenn sie auf der unteren Hälfte sind, nein. Äh, doch, glaube ich schon. Bitte nicht. Ich habe gerade keinen Eimer, deswegen. Du kannst... Äh, Crafting Table kann nicht brennen. Äh, ernsthaft? Clay durch Gravel. Schau, Crafting Table kann nicht verbrennen. Clay bekommst du, wenn du Gravel nochmal hämmern tust und Sand hast. Den Sand hämmerst du nochmal, dann hast du das. Und den das tust du in ein, äh, Crucible oder in ein, ähm, in ein Barrel oder ein Crucible mit Wasser drin. Okay. Au. Dann kriegst du einen Clayblock, den setzt du, baust du ab, fertig. Okay. Dann hast du Clay... Ja, die Haarslabs brennen ab. Ja, gut. Das heißt jetzt was, du hast gleich keine Insel mehr? Na doch, natürlich habe ich gleich noch eine Insel. Ich muss halt nur warten, bis dieses Wasser endlich mal fertig ist. Wenn ich mir wieder so einen Clayblock machen kann. Äh. Mit dem Stoff. Aber es ist gut, dass du mich gerade daran erinnerst. Ich stelle mir gleich mal zwölf Haarfslabs aus Stein her. Für die Curlstone-Farm. So, warte mal einen für die Lava und einen für die Wasser. Nein, ich habe die beste Woche von allen bekommen in dem Sky-Projekt. Um andere Leute zu nerven. Äh. Das möchte ich eigentlich jetzt praktisch gar nicht wissen. Ich habe einen Bogen. Ja. So, ich habe zwei Eimer. Warte mal, ich kann es ja auch mit Erde machen, ne? Ja, kannst du auch machen. Da kannst du sogar die Stelle mit dem Wasserblock leicht damit verbinden, um die Essen herzustellen. Soll ich mir Essen herstellen will? Stimmt. Essen wird überbewertet. Einfach runterspüren. Drei Blocks noch. Essen wird überbewertet. Eine Mahlzeit am Tag. Oder einfach mal gar nichts essen am Tag. Ja, ja, kenne ich. Genau, kenne ich. Gut. Ich beende jetzt die Aufnahme. Das war schön. In der nächsten Aufnahme möchte ich das bitte nicht hören. Ähm. Ja. Ich beende jetzt die Aufnahme mit dem Essen von Chips bei Tyrox. Und ich töte ihn, weil er mir nichts abgibt. Bis zur nächsten Folge. Ich beende es. Untertitelung des ZDF, 2020